Marie-Laure Delay ist eine französische Fußballspielerin. Vereinskarriere. Die Angreiferin spielte als Jugendliche beim FC Domont. 2005 wurde sie in das Center Technique National Fernand Sastre aufgenommen und spielte auch für dessen Ligateam. 2007 wechselte sie zum Erstligisten Paris Saint-Germain. Ab 2008 stand Marie-Laure Delay bei Montpellier HSC unter Vertrag. Dort gewann sie 2009 an der Seite von Routiniers wie Sabrina Vigier und Hoda Latav mit der Challenge de France dem Landespokal. Ihren ersten Titel und stand auch 2010, 2011 und 2012 im Endspiel dieses Wettbewerbs. 2013 kehrte Delay in die Ely de France zurück, um erneut für Paris SG zu spielen. Dort wurde sie in der Saison 2013 14. zweitbeste Torschützin der Liga und ebenso Vizemeisterin wie ein Jahr darauf. In der Spielzeit 2015 16. hat sie ihren Stammplatz bei PSG verloren. Weil Trainer Farid Benstiti im Angriff auf Lindsay Horan und die beiden Neuverpflichtungen Christiane und Anja Mittag setzt. So kam Delay im ersten Saisondrittel nur noch auf fünf Einsätze, davon lediglich zwei in der Startformation, in denen sie gleichwohl drei Treffer erzielte. Als Nationalspielerin Marie-Laure Delay hat von der U17 bis zur U20 sämtliche französischen Nachwuchsauswahlteams durchlaufen und dort in insgesamt 39 Länder spielen 32 Tore geschossen. Bereits bei der U19 Europameisterschaft 2007 in Island war sie die erfolgreichste Torschützin des Turniers. Im September 2009 kam sie zu ihrem ersten Einsatz in der A-Nationalelf und gehört dort seither zum Stamm der Mannschaft. Sie ist insbesondere außerordentlich torgefährlich, was ihre Quote von 63 Treffern in 102 Spielen nachdrücklich unter Beweis stellt. Damit ist sie hinter Marinette Pichon die zweiterfolgreichste Schützin in der Geschichte der Bleues. Nationaltrainer Bruno Bini hatte Delay auch in seinen Kader für die WM 2011 berufen. Ihr Siegtreffer zum 1 zu 0 gegen Nigeria war zugleich das erste Tor dieses Turniers, in dem sie in fünf Begegnungen zwei Treffer erzielte und am Ende mit den Bleues WM vierte wurde. Sie gehörte zum französischen Olympia-Aufgebot 2012, war auch im dortigen Auftaktspiel erfolgreich und bestritt bei diesem Turnier alle sechs Begegnungen Frankreichs. Ebenso berief Trainer Bini sie in das EM-Aufgebot 2013, wo sie dann beim Auftakt minus 3 zu 1 gegen Russland die ersten beiden Turniertreffer der Französinnen schoss. Auch im zweiten Vorrundenspiel stand sie in der Startformation. In den letzten beiden Begegnungen der Bleues in Schweden konnte sie aufgrund einer Adduktorenverletzung allerdings nicht mehr mitwirken. Auch unter Bines Nachfolger Philippe Bergao ist Marie-Laure Delay eine feste Größe im Angriffszentrum der Nationalelf. In der Saison 2014 15. allerdings überwiegend nur noch als Ergänzungsspielerin hinter Eugenie Le Sommer und Keita Netini, womit auch eine Reduzierung ihrer Trefferquote in wechselseitigem Zusammenhang steht. Sie gehörte dennoch zum Kader für die Weltmeisterschaft 2015 und spielte sich dort in die Startelf zurück. Am 9. März 2016 bestritt sie im Rahmen des Schäbel-Lieves-Cups beim 0 zu 0 gegen England in Boca Raton ihr 100-Länderspiel. Palmares. Französische Pokalsiegerin. 2009. Belege und Anmerkungen. Artikel über Delis drittes Endspiel in Folge auf der Seite des Landesverbandes. Siehe den Artikel vom 2. Juli 2013 bei photofeminin.fr. Siehe Delis Datenblatt bei photofeminin.fr.